Ja mit! Ja, der hat Turbo dabei heute. Genießen wir dem Conny auch am Sprung 5, im zweiten werden wir auch keine Wahl. Kiana will rüber und umgeht Conny mit. Das Couragierte geht natürlich etwas zu Lasten von geschmeidigem Rät hin. Zwischen den Hinterrissern ist das sogar sehr energisch, aber verständlich nach einer Verwaltung. Da kommt noch ein Sprung. Aber nimm ihn auch wieder zurück Melanie. Muss der jetzt mit dem Traktor rumfahren? Nein, aber ich finde das ein bisschen bescheuert, weil man weiß ja nicht ob es ein Pferd was macht. Bei der Feder ist es anders. Bei der Feder ist es anders. Bei der Feder ist es nicht im Rückfeld. Ja, ich auch nicht. Das krieg ich aber auch nicht hin. Kommt! Kommt! Da lang, da lang, da lang! Kürbis! Der Fuss! Wenn ich den Fuss gerade überlegt habe! Na da hat ich gerade überlegt! Ja, ich hab es dir gezeigt, dann war es okay. Ich bin gespannt mit dem Beißen. Ah, das läuft er durch. Die müssen jetzt nur ein bisschen zu sich nehmen, weil sonst rennt er so durcheinander. Alles gut, alles gut, alles gut. Er läuft noch, er läuft noch. Er läuft, solange er läuft, ist alles gut. Hä, der springt? Ja. Ja, sehr schön, Frau. Schade mit dem Wasser, dass er da so ein bisschen dumm getan hat. Aber er ist nicht wirklich stehen geblieben. Ja, das ist ein bisschen der dritte. Wer ligt, ziel für besser? Ja. Gerade aus, ziel, 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 ziel. Gratis, gratis, gratis. Ja, super.